Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Together The Forest oder Co-op oder wie man es nennen will. Und wir stützen jetzt erstmal gemeinsam ab. Oder wollen wir das überspringen? Können wir auch überspringen, glaube ich. Okay. Ah, die Skrumpel immer. Ja, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht. Ah, ist vorbei. Juhu. Ah, du bist in mir. Cool. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Hey, du bist schon wieder gronk. Bei mir ist das wunderbar ein anderes T-Shirt an. Mein Gott. Äh, ich glaube bei mir auch. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich muss erstmal dieses Pädometer wegstecken und so. Also, wir sorgen diesmal dafür, dass wir nicht gleich verrecken. Nicht? Wie langweilig. Und wir wissen ja jetzt, wo wir hinwollen. Äh, von, wohin ist denn das hier von hier aus? Äh, ich schmeiß erstmal Pillen rein, dann kann ich's dir sagen. Ja. Oh, ein Raschbeer. Äh, ich muss mich erstmal kurz orientieren, wo wir denn überhaupt sind. Ähm. Ich muss ja nicht unbedingt zu dem Platz gehen, das ist ja auch irgendwie langweilig, oder? Können wir einfach grundsätzlich machen. Äh, könnten auch, aber von dem Punkt habe ich so ziemlich meine beste Orientierung. Deswegen mag ich den Ort so. Dann wird es Zeit, das zu ändern. Scheißhase. Nein. Äh, vor allen Dingen gibt es dort Bären. Äh, es kommen ab und zu mal Eingeborene vorbei. Und, äh, es gibt dort, äh, ausreichend zu essen. Man kann zur Not auch mal kurz runtergehen. Zur Klippe. Und, äh, man kommt überhaupt nicht auf Selbstmordgedanken, nein. Stimmt nicht. So, ich hab's wirklich, ich bin auf dem Flugzeug. Okay. Wo bist denn du eigentlich gerade? Äh, hier schon mal ins Gebüsch gelaufen. Ich bin ein Buschmann. Ich seh deinen Namen nämlich nicht. Äh. Ach doch, da hinten, oh mein Gott. Genau. Ist ja schön mit dem Lichtverhältnis und zusammengerutscht. Jo. Okay, mein Orientierungssinn hat sich gerade wieder hoffentlich äh, ist wieder zu mir gestoßen. Ja, da war er. Wehe. Komm ins Beet. Okay. So, ich brauche nämlich eine Küste und ich weiß genau, wo wir sind. Oh, äh, äh, eingeborener. Ähm. Ich wehre mich mit einem Schokoriegel. Viel Erfolg. Mit einem Snickers, sonst werde ich zu Diva. Äh, sonst wird er zu Diva. Wo ist denn deine? Ach, da unten. Erstmal Kopf abländern. Hier, willst du ein Bällchen? Hier, hast du. So. Danke. Oh. Ich öffne dir auch mal, ne? Ich kann keine Alkohol mit tragen. Ja, ich hab sie schon geöffnet. Oh. Lurche. Oder ein Waschbär. Kann man die aufessen? Nö. Oh, schade. Die werden aber schön rot. Ich färb die immer gerne ein. Hm. Ja, hier mein erster Lurch. Wie haben sich hier tolle Sitze aufgebaut? Ich weiß. Äh, ich will erstmal noch einen zweiten Lurch haben. Hier ist noch ein Lurch. Ja, ich seh nur meine eigenen Lurche. Und ich mach jetzt mal... Ich mach jetzt mal hier diesen Kannibalen fertig, ne? Viel Erfolg. Bleib stehen, du scheiß Lurch. Er ist tot. Ich sag ja, ich mach den fertig. Und kein bisschen Schaden erhalten. Tja. Hier, ich werf den Ball zu. Ui. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Äh, äh. Egal. Äh, gut. Wir laufen so wie letztes Mal, ne? Ja. Mal wieder. Wir können aber auch querfeld einlaufen, dann geht's schneller. Wollen wir? Ja. Oder wollen wir zur Küste und gucken, ob wir das Boot kriegen? Ja, bauen wir ja noch nicht. Ist nicht überlebenswichtig. Zumindest ausbauen. Gut, dann müssen wir jetzt hier rüber. Bei mir hältst du denn die ganze Zeit deine linke Hand hoch und schaust dir die an. Ja, das hab ich eben auch kurz gemacht. Sah ich. Äh. Ich hing grad irgendwo dran fest. In einem Busch. Ein Hoch auf die Busch, Männer. Ja. Nee. Okay. Lieber nicht. Sonst kommen die auf dumme Gedanken und wollen das umbringen. Ach, meinst du? Oh, da ist einer. Wo? Ich kümmere mich drum. Äh. Wo ist es denn? Das Buschmännchen? Weiß es nicht. Kann doch sein, dass du es warst. Nee, kann nicht sein. Ich war hinter dir. Ja. Okay. Okay. Was sind wir hier jetzt schon wieder? Wir sind, äh. An der Kackklippe? Ja. Nee. Wir sind an anderem, an anderem Strand gelandet, als ich dachte. Lol. Und da ist ein Eingeborener. Äh, da ist es nicht. Ein Eingeborener, da sind es... Neu. Mehr. Zu viele. Ich sehe nur zwei. Äh, hier ist auch noch einer. Ah, cool. Das ist meiner. Guten Tag. Die anderen beiden Schecks sind. Weil der hat... Doch, jetzt, 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 jetzt kommen sie ange... Der hat nämlich so ne... Wow. Alter, wie die rumlangen. Achso, die wollen ihren Typen wieder haben. Kannst du vergessen, Kollege. Ja, du hast hier noch die alte Kaput hier. Nein, komm, sie, dich. Oh, die Bitch hat mich fast gekillt. Äh. Was ist das? Äh. Ich hab ein Problem, ich bin gleich hinüber. Ja, die alte hier auch. Ja, ich muss kurz Pillen nehmen. Äh, aber der Typ haut ständig auf mich drauf. Oh, die ist bei mir grad gerannt und ich hab sie trotzdem in der Luft zerfickt. Oh, warte, ey. Okay, ich hab mir Pillen genommen. Aua, hau mich halt. Ich hab auch keine Gefühle, weißt du? Das hast du mich gefangen, glaube ich. Sorry. Ich hab grad meine ganze Rüstung verdorben mit einem Hit. Oh. Zerfleischen. Ich will auch Körperteile. Oh, da kam noch einer. Guten Tag. Aua. Aua. Arschloch. Aua. Aua. Aua mich nicht. Wo sein? Pisser. Wo sein? Ja, er freut mich auch. Ich nimm erstmal Beine mit und ein paar Arme. WTF? Er ist die Spont. Ja. Er war in mir. Er ist diskoniert. Ich stößt bestimmt auch gleich ab. Oh, guck mal, unsere Lieblingsfreunde. Zungenkuss, guck mal. Die aus dem Bildschirm. Was? Die machen hier Zungenkuss. Siehst du die nicht? Hier, die ihr Fidji's? Ne, sehe ich nicht. Oh, da bekommt man Kleidung und Sticks draus. Bei mir war einfach gar nix. Oh, da ist ein Totenschädel rausgeflogen. Nein, 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 nein. Was? Es hat nur geleckt. Puh. Hattet ihr ein Glück? Dass ich nicht disconnected bin gerade. Warum auch? Du bist der Horst. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber es hat geleckt. Das... Naja. Okay, der will nicht sterben. Ja, das hatte ich auch schon. Dass Leichen, die rumliegen, nicht sterben wollen. Ist bei dir hier auch eine Yacht? Dann kann man die nicht noch holen. Ja, die ist bei mir auch. Die leckt hier neben mir. Aber ich schnapp mir erstmal einen Speer und... Oh ja. Dann können wir vielleicht schon mal ein paar Fische angeln. Hier, fang den Ball. Mist. Wohin soll ich sagen, es ging zu schnell. Gut. Ich brauch Münzen für Bomben. Scheiße, ich hab die... Äh... Dings nicht mitgenommen. Wir haben schon wieder das Zeug vergessen. Die, äh... Alter, der Hai hat mich... Alter. Ich bin wegen zwei backenden Heingrad übelst weit weggeflogen, so 30 Meter. Äh, meinst du so ein komischer Toter, der ja rum in dem Moment... Ja, genau, da waren zwei... Ach, zwei halten, ja, ja. Da waren zwei ineinander. Die sind auseinandergeflogen und ich war dazwischen und... ...wurde hochgeschleudert. Das hatte ich schon mal. Dadurch bin ich schon mal verreckt. Das ist voll kacke. Ja. Ich glaub, wir sehen das gleiche Boot, oder? Ja, vor allen Dingen ist dann Heim, was ich viel schnell auf das Ding drauf. Okay, also, bei mir ist das Boot scheinbar aber anders. Wir sind weiter mittig. Äh. Vor allen Dingen ist in dieses Boot immer so ein schlechtes Reinkommen. Warte, muss ich... Mein Boot ist deutlich anders. Okay. Du, äh, Achtung, ich seh da Haie, ne? Ja, ich nicht. Pass schon. Werden mich schon nicht töten. Ja, haben wir ja bereits herausgefunden. Mhm. Okay, ich mach mir erst mal einen Bogen. Ich habe keine Federn, das ist doof. Aber ich hab den Knüppel von diesem Tüten, den wir gekillt haben. Ach so. Und ich hab mir erst mal Rüstung angelegt. Jetzt kombiniere ich dieses Kassettenteil. Ähm. Oh, ich hab hier auch die Tollax. Ich mach mir schon mal ein paar Mollis. Ich darf hier nicht hochgehen. Warum nicht? Hallo. Mega-Gast hab ich trotzdem schon mal. Das darf ich nicht mehr. Ja, das ist... Teilweise ist das noch ein bisschen buggy. Paar Seide mitnehmen. Durchs Boot glitschen, kein Ding. Nachricht. Okay. Oh, eine Feder. Super. Ha, dein Boot ist ja... Dein Boot ist einleitig von anders. Oh, bei mir ist ein... Äh, ich hab ein Problem. Bei mir ist ein Kackhaien im Wasser. Wenn der mich auffleischt, dann bin ich am Arsch. Ja, ich schwimme auch später zurück, ne? Ich komm hier leider nicht drauf. Bin ich bei dir im Wasser? Oh, ich hab mal... Du stehst über dem Wasser, halt. Ja, bei mir sind da zwei Haie in der Nähe. Die sind leider... Wo denn genau? Ich versuche, äh... Ist egal, also hier so, äh... Links da so. Ach, da hinten irgendwo, ja. Ich kill hier erstmal ein paar Möwen, weil hier kommen gerade so viele angeflungen. Dann kann ich, äh... Super. Dann kann ich mir... Null. Juhu, ich habe mir ein paar Pfeile gemacht. Man kann sich angeblicher Feuerpfeile machen, aber es klappt anscheinend noch nicht ganz so. Und mir fehlt noch eine Feder. Dann kann ich mir nochmal ein paar Pfeile machen. Mist. Ich hab vier von diesen komischen Boards. Diese, ne? Naja, ich hab, glaub ich, null davon. Du brauchst übrigens Münzen dafür. Ich habe aber noch keine einzige Münze hier gefunden, irgendwie. Blöderweise. Ich find immer nur Scheine. Wie schön. Ja. Warte, äh... Man brauchte fünf Federn, oder? Oder vier? Äh, fünf. Guck mal, was ich hab. Das sieht ja sehr lecker aus. Hm. Damit mach ich jetzt ein paar Vögel fertig. Biss ich quasi am Vögeln. Alter, wie sich das anhört, das Geräusch. Beim Schlagen. Ja, lass mal jetzt hier weiterkommen. Ja, warte, ich crafte mir noch ein paar Pfeile. So, jetzt hab ich, glaub ich, äh... Zehn Pfeiler, genau. Und ich nehm mir wieder mal, äh, die tolle Axt hier. Übrigens, mit der kleinen roten Axt kann man schneller zuschlagen. Das bringt, äh, was bei Gegnern. Mhm. Oh, meine Ausdauer ist fast im Arsch. Ich trink mal was. Ähm. Und ich brauch wieder ein bisschen Alkoholflaschen, äh... Kann man den nicht killen? Nein, immer noch nicht. Man, äh, hört zwar das Gereichen, ne? Mhm. Mir fällt grad auf, ich hab nur noch einen Snack zu essen. Ist schlecht. Wir sollten uns mal... Äh, wir können übrigens einen Fleischtrockner machen. Vielleicht können wir damit Fleisch austauschen. Ach, dafür braucht man das? Ich hab mich schon gefragt, einen Wäschetrockner. Wofür zum Fick braucht man hier einen Wäschetrockner? Ja, ist ein Fleischtrockner, ne? Da reift das Fleisch automatisch, als wenn du es sofort brätst. Das hab ich, äh, genutzt. Kann man das wenigstens hängen lassen? Ja, das kann man hängen lassen. Das war gar nicht nicht. Das ist super. Das ist geil. Das ist richtig gut. Ja, das fand ich auch die, äh, eine der sinnvollsten Erneuerungen. Und hier solltest du ein paar Müsli-Riegel finden, ne? Ja, eigentlich schon. Ich zieh mir auch mal einen durch die Nase. Und so. Äh, obwohl ich noch welche mitnehmen kann. Okay, hier ist nur Stoff und Alkohol drin. Warum nehmen wir so viele Stoff und Alkohol mit, ne? Oder besser gesagt, so viel Stoff. Hier, fang da Steinchen an. Übrigens, die Steine sind zur Ablenkung da. Ja, die haben dann keinen Hirntrauma, ne? Achso, ich dachte schon. Nein, die gucken da einfach nur hinterher und suchen danach. Ich hab ja zwei, zwei Koffer und ne Möwe aus Luft geholt. Und hier ist wieder so ne geile Axt. Aber davon hab ich schon eine. Hier, äh, wollen wir nochmal Ball spielen? Wie fängt man denn eigentlich? Weißt du was mit? Also, wir aufnehmen halt. Hier. Oh, daneben. Mist, ich war zu langsam. Ich hab noch einen Ball. Da. Ich auch, hier. Fliegende Wechsel. Hier, da, bei dem. Ah, den hab ich gefahren. Super. Ist das weh in das? Friss. Oh. Oh, da kommen wir, eingeborene, wir sollten hier schnell weg. Engage! Was? Ja, das gucken die mich hier ein bisschen blöd an. Wenig von denen. Jetzt gehen sie weg. Na super. Na ja, eine. Loll. Mist. Mist. Ich hab ein Standbild. Mist. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Juhu. Oh. Oh. Äh. Nein. Connect. Connect. Ja, ich hab' das. Connect einfach nochmal. Ja. Äh. Stimmt, die Stütze ist auch nochmal ab, ne? Äh. Mein Vater ist da so, oh, gerade da und ich hab' hier eingeborene Probleme, aber kann nicht ins Menü gehen, weil sonst, äh, ja, sonst verrecke ich hier. Naja. Oh ja. Warte mal gut. Warte mal gut. Hast du noch eine Videokassette? Nein. Gar nicht. Nein. Nein. Hatte ich nie, besaß. Ich nur auch nicht. Er fragte nach einer Videokassette. Aha. Na dann. Stimmt. Das letzte, was ich besaß, waren Kassetten, aber keine Videokassette. Ja. Das ist ziemlich am Längen. Irgendwie. Die Viecher rage'n mich grad' hier voll. Jetzt rage' ich mal zurück. Okay, dann hast du bei mir bei Skapegarten einen richtigen Roboter. Okay, der ist tot. Das ist super. Äh, hier ist noch so'n Stab zum Mitnehmen, glaub' ich. Aber davon hab' ich ja schon einen. Äh, na gut. So, ich geh' äh, vielleicht können wir dann auch mal speichern. Dann können wir vielleicht, äh, anständig beenden. Du, äh, gab's in deinem abgestürzten Flugzeug wieder Zeug oder nicht? Gab es, ja. Gut. Es wird Nacht. Wir bauen uns am besten gleich jetzt mal so'n kleines Lager. Ja, ich, äh, geh' in Richtung Klippe. Wenn du in meine Richtung läufst, dann läufst du direkt in Richtung, äh, Klippe, wo wir hinwollen. Okay, ich bin. Ah, hier ist ein größerer See. Mit'n Camp, cool. Mhm. Mit'n Eingeborenen Hochensern Camp, natürlich. Achso. Ja, auf'n Weg zu dir hatte ich mal ein richtig geiles Camp gefunden. Also so'n kleines, aber das war vollgepropft mit irgendeinem Zeug. Bist du denn noch weg? Ne, gar nicht. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt an einer Klippe hier. Ja, ich komme schon. So, und das erste, was ich diesmal baue, ist ein Shelter. Und zwar hier so'n, so'n schönes Shelter. So, fertig. Ey, ich brauche noch ein paar Sticks. Äh. Hallo! Zivilisation! Yes. Boah, die Sonne ist kaum am Blenden, Alter. Das geht, ach, ekelhaft. Geht voll auf die Augen. Ja, ne, voll auf den Bildschirm. So, wie schön ausfüllend sind. Wie schön ausfüllend sind. So, wie schön ausfüllend sind. Mit Feuer an der Stichel irgendwo so in der Mühe. Gut, wenn ich es nutzen kann, dann wäre das super. Und als nächstes ein Fleisch-Trockner. Sag mal, wo fällt der scheiß Baum hin? Bei mir gar nicht. Er explodiert. Alles fällt aufeinander. Alles super. Alter, diese kack Sonnenuntergang-Sonne. Vor allem die Baumstämme leuchten gar nicht mehr im Koop oder leuchten nicht im Koop. Das ist voll doof. Oh, steht. Jetzt habe ich irgendwelche Kackbeherungen gegessen, obwohl ich dachte, das war ein Größtokkerregen. Na, doll. Yes. Das ist geil. Oh, ja. Das ist geil. So geil. Oh, da sind Steine. Gib mir Steine. Woche Steine. Oh, ich sammle Tree Saplings. Wenn ich Bäume schlage. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie einpflanzen kann mittlerweile oder so. Aber ich bisher noch nicht gesehen. Ach, es ist einfach ein bisschen geblieben geworden. Okay, ich hab schon wieder rausgeflogen. What the fuck? Warte, wenn du gleich dann hier mal herkommst, vielleicht kannst du dann speichern, dann spawnst du vielleicht dort immer. Wäre vielleicht sinnvoller. Lass doch zum Kotzen alles. Vor allem, äh, das Problem ist, ich sehe nichts. Und die Folge ist vorbei. Von daher verabschieden wir uns mal alle von Christian. Tschüss. Tschüss. Äh, und, äh, ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Hier im Koop-Modus, der noch irgendwie drastische Probleme hat. Juhu. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020